Hey Belinda, hast du gesehen? Wir sind nominiert als Team des Jahres, das ist unglaublich. Ja, wir freuen uns riesig. Es ist ein riesen Ehre. Danke für alle, die für uns abgestimmt haben, dass wir in die Top 3 kommen. Wir freuen uns riesig auf den Abend an den Sports Awards. Ciao!